Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Germany. Zwei Frauen in Ägypten getötet, Video zeigt Killerhai vor der Küste von Spanien. Hai vor spanischer Küste im Mittelmeer gefilmt. Er wird bis zu 4 Meter lang und bis zu 500 Kilo schwer. Er ist eine der schnellsten Haiarten der Welt und kann bis zu 6 Meter hoch aus dem Wasser springen. Ein Makohai, die Haiat, die sehr wahrscheinlich für die beiden tödlichen Angriffe auf zwei Frauen in Ägypten verantwortlich war. Einem spanischen Forscherteam ist es nun gelungen, genau diese Art von Hai vor der spanischen Küste zu filmen. Und das ist offenbar eine echte Seltenheit, in 10 Jahren seien die Forscher noch nie einem Makohai begegnet, schreiben sie bei Twitter. Meeresbiologe Claudio Barria bestätigt El Pais, ich kenne kein Video von einem Makohai aus dem spanischen Mittelmeer. Lesetipp, Österreicherin, 68, in Ägypten brutal getötet, Rettungsschwimmer lachten offenbar über Haiwarnungen. Fotograf über Haientdeckung, das war beeindruckend. Wir sahen etwas aus dem Wasser ragen. Zuerst dachten wir, es wäre ein Sonnenbarsch, aber dann entdeckten wir die Rückenflosse, beschreibt Unterwasserfotograf David Yara die Begegnung. Wir hielten in sicherem Abstand an, dann nährte er sich dem Boot. Das war beeindruckend. Am liebsten wäre er selbst ins Wasser gesprungen, um das Tier aus der Nähe filmen zu können, sagt Yara. Aber ich wusste, dass das nicht der richtige Weg gewesen wäre. Die Forscher filmten den Hai schließlich mit einer Unterwasserkamera. Hey guys, this is Ganjsham. Welcome to WTN Germany. If you want to more update regarding European and Germany news, then subscribe our channel and press the bell icon. And like our video and share with your friend and family. Thank you very much for watching our video. Thank you.